Hallöchen Leute Herzlich Willkommen Wieder Bei Nächste Woche Woche Nächste Folge Kreativist Und Wir Spielen Wie Immer Mit Den Guten Niko Hallo Ja Ich Hab gedacht Willst Du Nix Mehr Sagen Nö Moment Nicht Nö Du Bist Du Bist Nicht So Gesprächssich Ich Kann Manchmal Kann Ich Überhaupt Nicht Reden Ja Endlich Diese Verdammte Schnee Insel Ist Vorbei Wut 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 Ah Ok Ich Liebe Noch Ok Ich Liebe Noch Aber Ein Bisschen Liebe Hab Ich Verlauern Wow Ah Schon Wieder So Ein Gebiet Oh Da War Ich Noch Nicht Ein Gebiet Sehe Ich Haha Ah Ah Ok Schnee 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 Ähm Ok Super Richtig Ok Aber Einfach Die Falsche Richtung Aber Scheiß Egal Oh Ich Versuche Finden Diese Gift Gasen Ja Weil Diese Sehr Wichtig Momental Für Uns Du Musst Irgendwie Bestimmten Gift Monster Glaublich Bestillen Oder Überhaupt Wo Sind Diese Verdammte Gift Gasen Gibt Es Mir Ich Zu Dir Ich Zu Dir Ne Nicht Du Mein Monster Ja Leck Mich Am Arsch Du Bist Auch Am Arsch Ich Hab Jetzt Ok Das Ist Nicht Der Monster Was Ich Brauche Haben Wir Normalen Stein Ich... Au Das Wollte Ich Nicht Rein Das Ist Auch Diese Ding Ich Soh Haben Wir Keinen Normalen Stein Keine... Wir Haben Alles Ob Keinen Normalen Stein Tja Geil Da Musst Du Dir Farmen Leider Boah Ok Kennst Du Diese... Diese Knöchige Wind Monster Ja Die Be... Die Be... Die Be... Die Be... Die Leichtigkeit Jetzt Ok Das Ist Gut Ihhh Was ist das für Scheisse Aua Der Magmich Schaden Alter Kann So Alter Kann So Oh Scheisse Ich Hab Gedanke Der Verdecke Nicht Mehr Ok Das Ist Nicht Der Welche Ich Wollte Tun Weiter Oder Der... Oder Der... Äh... Monster Äh... Gibt... Die Gasen Sind... Unten... Da Könnte Auch Sein Oder? Ich Bin Ich Sicher Ach Ne... Fällst Du Mich Komplett Verkackern Wut Wut Mh... Diese Richtung Wollte Ich Gehen Mal Sehen ich forsche wie ein behinderter und ich finde gar nichts noch nicht noch also ich brauche ein bisschen energie oder muss ich hier kennen nein der auch nicht schade ich glaube ich würde zwar normalen stein dann holen wir scheiße immer noch nicht auch nicht ich glaube im arsch der welt und gleich werde nacht ja ich muss mich auch verweilen wie weit bin ich schon ich gehe ein bisschen falsche richtung aber egal ich bin jetzt in unserer Höhle ruhig kratscht stein ich brauch den normalen cool heute haben sie auch schon meine güte wo finde ich diese monster überhaupt ich kann dir sagen ob es dunkle oder nicht weil ich will selber draußen ich will müssen ja das weißt du hast du mir selber das schon gesagt ich habe ein bisschen kohle gefunden gut und ich erne und renne und renne die ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin Schöße das nicht ist ich hab vergessen was ich machen wollte Stein sammeln ich wollte was craften ok hier und nun liegen welchen Stein nicht machen soll ich glaube ich mache gehen mit Wax Blumen ich sammeln Blumen schon wieder ein neues Gebiet bitte sagen wir das ist die Wilde ja das ist die Wilde klar schon ist der gleiche Biom ok das ist die andere Biom oder der ja 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 stelle ist nice nein leider nicht Huh? Leifpumpe? Oh. Gut, eh. Mein Wetter ist voll auf Leifte. Yeah. Okay. Oh, ist dunkel. Ja. Ist gerade gewonnen. Ähm. Ich bin zumindest weit entfernt von dem Zuhause. Geil. Teleportier dich einfach. Ja. Kannst du ja glaube ich immer machen. Nein, kann ich nicht. Kann man nicht immer. Nein. Muss ich jetzt laufen. Fuß. Zu Fuß. Muss ich laufen dahin. So. Oh. Ich mach. Hi. Was? Was machst du hier? Jo. Ich brauch's ein bisschen um. Alter. Sieht auch ein bisschen stabiler aus als ein Holzhäuschen. Sieht ein bisschen geiler aus. Also brauchst du sehr viel Steine oder was? Es geht. Haben wir genug Steine oder noch nicht? Ja, ja. Wir haben genug. Wir machen ja bei dir ein bisschen Steine rein. Okay. Hättest du auch einfach fallen lassen können. Dann hätte ich mir das so genommen. Also das brauche ich nicht. Äh. Das ist einfach fallender Stein. Was haben wir hier? Diese Scheiße. Was kann ich? Mach ich hier. Knochen. Hab ich noch. Haufen Knochen hatte ich gefunden. Legg mir mal. Das. Hab ich noch was gefunden. Das. Klingt interessant. Ich geh nach rum. Einfach. Schauen wir mal da. Äh. Das. 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 Die Güte mach ich hier. Alles hier rein. Zack. Das. Das. Mach da mal weiter mit dem Umbau. Genau. Ja. Kannst du. Wenn du willst. Du bist. Das. 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 aussieht es ist besser aus oder was ja oder jetzt kann ich nicht gut schauen ein bisschen das sieht ein bisschen besser aus okay kommt das mache ich rein dass man wieder das mache ich so was hat mich hier ist gar nichts na super mache ich das hier nichts was ist das wie ein wind hast du genug steine ja wie viel ich habe von denen habe ich jetzt 8 habe ich genug ich habe auch noch so steine 91 es reicht wenn ich kann nicht weiterfahren und die steine passt schon ich kurz in die höhle ich bin auch in die höhle so ach böse böse ganz böse was ich komme hier was dumm okay ein mal Aua, du... du Arsch! So... Du hast mir Aua-Aua gemacht, Monster, du hast mir Aua-Aua gemacht. Aua, Aua. Ja, Aua, Aua. Das sieht scheiße aus. Ich fahr mal für dich auch Steine, brauchst du noch mehr, oder? Nee, ich glaub das reicht, was ich hier hab. Wie viel hast du? Ähm, ich hab noch... Ich hab 75 von denen, die ich grad reinmach und noch 91 von den normalen Steinen. Okay. So, das sollte reichen. Mal sehen. Ich hole auch ein bisschen Steine. Mach das. Juhu! Genau, so... Das gehen wir nach oben. Nach oben. Nach oben. Nach oben. Nach oben. Nach oben. Wir sind da oben! je what the fuck das ist geil aus hi box ist scheine nein mach ich dir hier rein okay so und ja jetzt gehe ich nach Norden Opsala nicht weiter forschen du findest das ja nicht schlimm wenn ich hier ein bisschen umbaue oder? nö ich nicht okay gut eventuell wie du findest das schlimm dann wird er wird das Problem haben oh ne ich muss dir fucking Tutorial machen und wie nicht mich nerven die so sehr könnte ich ausrasten das ist ein normales Opsala jäi hab ich schon ja jäi Ah, gib mir ein auf der Päddo. Scheiße. Und jetzt? Die haben schon. ähm was brauchen wir noch geht noch was mach ich bloß immer so zack zack fertig und fertig gut was ist hier los wieder hier oben ist noch nicht fertig ich hab gedacht bist du schon fertig fertig ja du hast nur noch hier unten fertig und oben wo ist unser lager oben bin ich nicht fertig das ist noch da ich hab gedacht bist du schon fertig dann hopp hopp weil ich weiß glaube wahrscheinlich wahrscheinlich ja so endlich fertig ich hoffe kommt nichts mehr für diese verdammte tutorial wegschmeißen wegschmeißen ja ich will wegschmeißen das schwert auch wegschmeißen ja ich will wegschmeißen jetzt nerven mich nicht ich glaube da lang oder ist dein fucking ernst was jetzt musst du was anderes machen ne ich mein schon wieder dieses tutorial das ist nicht doof der ist so nervig diese verdammte tutorial dann hast du schon durchgemacht weißt du was was musst du kraften bis du viel weiter hast das scheiß zu toll ne du musst das machen hallo eh und jetzt was ich machen mit dir soll ich noch platzieren ok von mir aus tada platziert ich sauge diesen schmeiße das weg einfach das haus da haus oder da ist haus ich hoffe jesus tut heute vorbei ich hoffe nicht bei der geben wir aber ordentlich auf ok tp ist ok so hattest was ist wenn ich passieren dieses dinge neu machen so wie ich dafür runter gesprungen wo besitzt nein schade bin ich nicht weiß ich meine güte springt schneller alter kohl weiß ich habe weiß kohl gebunden hohohohoho weiss kohle weiss kohl ach so weiß kohl das gibt's ja das gibt's auch ok ja das gibt's auch ok ja das gibt's auch ok ok jetzt kann ich rennen juhu ja super ich habe jetzt sammstand bin ich ich habe keinen bock auf den stand sein nein ich bin runter gesprungen ist gut oder ist gut oder geh weg geh weg geh weg ich will mich nicht verlackern ich will mich nicht verlackern ich will mich nicht verlackern du schon alter ich habe irgendwie gefühlt dass es nur eine insel ist wie eine insel wie eine insel kann man nicht da hin das haus ist gleich schon fertig gut sollte jetzt auf jeden fall ein bisschen besser aussehen na komm na komm oh ja das sieht viel besser aus echt ja ich will mich nicht oder irgendwann machen wir dann unser Haus aufs Diamant wie denkst du darüber kann man machen dann heißt wir sind ich sinken wo ent w w w w Vielen Dank.